Eigentlich dachte ich ja, es ist dieses Wochenende absolutes Regenwetter. Hat jedenfalls der Wetterbericht hervorgesandt. Und jetzt stehe ich hier in Rostock-Warnemünde im Zimmer des Hotels Neptun. Nach dem Polterabend von meinem Freund sehe ich diesen Ausblick. Gut, ich gebe zu, dieser rauchende Turm stört. Wenn ich jetzt verängstigt wäre, würde ich auch sagen, beängstigt ein bisschen. Aber es muss ja nicht überall Fukushima sein. Trotzdem, hm, weiß nicht. Er sollte vielleicht weg. Aber ist das nicht ein Ausblick? Warnemünde? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017